Die Kreisliga-Könige bei Radio Berlin 88A Ich glaube, über meinen Neubund brauche ich wohl nichts mehr sagen. Wenn ich vor denen stehe, machen sie keinen Naxistritt. Da runter keine Schüsse haben. Angst haben wir nicht. Vorfreude, mit so einem berühmten Trainer zusammenzuarbeiten. Die werden sich umgucken jetzt. Ohne Tabellenplatz gehen wir jetzt weg. Und Feuer! Dann zieht er mal in die Reihe! Feuer! Ich wusste gar nicht, wie lange zwei Minuten sein können. Dreimal drei Minuten? Ach du Scheiße. Das ist richtig anstrengend. Auf jeden Fall so eine Aggressivität haben wir im Spiel noch nie gesehen. Sie haben sich hier eigentlich aufs Team gezeigt. Da ist keiner überhaupt irgendwie aus der Linie gegangen. Sie haben sich alle bemüht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat mir das eigentlich Spaß gemacht. Radio Berlin 88.8 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.